Yo Leute, was geht ab? Herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier auf Kryptoanarchist. Wir schauen nochmal rein Leute. XRP heute bei 35 Cent, also wieder ein bisschen nach oben, 3 bis 4 Prozent ab. Generell wieder ein paar mehr Gewinner hier, 44 zu 20 und Bitcoin ist bei knapp 22.000. Also da ging es auf jeden Fall auch schon ordentlich hoch. Ich finde es immer krass zu sehen, hier Pancakes, überhaupt nur bei 3 Dollar. Ich kenne das noch, wo das so bei 15 bis 20 Dollar war. Also auf jeden Fall krass, da hat sich auf jeden Fall einiges getan seit dem kompletten Top. Bevor wir in das Video rein starten Leute, bitte vergesst nicht diesen Kanal zu abonnieren und dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Ist für euch eine Sekunde Aufwand, aber ihr helft mir insgesamt sehr hier zu wachsen auf YouTube. Von daher vielen, vielen Dank dafür. Dafür schauen wir auch einmal rein. Der erste Tweet für heute kommt von Alex Kopp. Und hier geht es einmal um Solana. Und zwar wurde jetzt auch eine Klage eingereicht gegen Solana. Und zwar schreibt Forbes Krypto das Ganze hier. Und zwar geht es da eben auch um die Security-Frage. Ist Solana eine Security? Ist es zentralisiert so ein bisschen? Und ja, das ist natürlich das Problem, was wir schon seit gefühlten Monaten ansprechen. Nämlich die Frage, so ist da nicht eigentlich alles eine Security? Antwort, ja natürlich. Wenn XRP eine Security ist, dann ist auch Solana der Coin eine Security und auch Cardano und was auch immer. Und sollte es schlecht für Ripple ausgehen, dann geht es schlecht für alle von diesen Firmen aus. Ich glaube, das haben noch nicht alle Leute verstanden, dass die quasi da selbst mit im gleichen Boot sind. Und dass wenn Krypto quasi einmal jetzt diese Schwelle übertritt, dieses, okay, XRP ist eine Security, ist eine Aktie von Ripple, dann ist das überall auch so. Dann ist das beim Solana Coin, von der Solana Foundation so. Dann ist das bei Cardano so. Von der Cardano Foundation heißt sie auch, glaube ich. Also, das ist dann überall so. Und da darf man auf jeden Fall dann nicht später irgendwie überrascht sein, wenn man sagt, oh, ja, jetzt geht auf jeden Fall die SEC dann auch gegen meinen Lieblingscoin vor. Beziehungsweise dann auf einmal gilt mein Lieblingscoin jetzt auch als Regulation oder laut Regulation dann eben als Security. Von daher sehr, sehr lustig, dass das Ganze hier so schon gepusht wird jetzt. Und ja, überrascht mich auf jeden Fall nicht, kann ich dazu nur sagen. Schreibt mir dazu gerne mal auch eure Meinung in die Kommentare, aber das finde ich auf jeden Fall einen sehr, sehr interessanten Punkt. Dann geht es weiter. Update von Jed McCallop. Aktuell sind noch 35 Millionen XRP auf seiner Wallet. Das heißt also, wir haben noch acht Tage, bis das Ganze dann wirklich leer ist. Das heißt also, hoffentlich nächsten Samstag ist das Ganze dann wirklich vorbei. Ich überlege gerade mal, naja, okay, ist nicht ganz. Ich hätte jetzt geguckt, 15. Juli. Vielleicht wäre es ja so am 11. Da kommt ja Flair live. Aber, ja, mal schauen. Ungefähr so wird das auf jeden Fall in dem Zeitrahmen passieren. Dann haben wir Watchdoguru. Ethereum ist wieder über 150 Milliarden Market Cap. Hier sieht man das Ganze einmal bei Traderherz. Habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört. Aber hier haben wir dann gerade die Top Coins. Und ja, Solana ist natürlich auch noch mit dabei. Die anderen Coins kann man natürlich recht schwer verklagen, sage ich mal. Also, sagen wir mal Bitcoin, kann es sowieso nicht. Da gibt es natürlich jetzt niemanden. Klar, Bitcoin-Foundation-mäßig. Aber da ist es natürlich jetzt nicht wirklich so eine Firma. Kann ich nachvollziehen. Dann Ethereum. Zack. Ethereum Foundation sollte auch sofort verklagt werden. Der Binance Coin. Der steht sogar im Namen. Also, Binance und der Binance Coin. Offensichtlicher geht es wahrscheinlich gar nicht. XRP, Cardano, Solana und Dogecoin. Ich meine, Dogecoin ist halt immer so eine Sache. Aber alle anderen, die jetzt gerade nicht die Stablecoins hier vielleicht sind, das sind aus meiner Sicht absolute Kandidaten dafür, auf eine Liste zu kommen, dass die Securities sind. Und da muss man, wie gesagt, sich am Ende nicht wundern, wenn es dann auch wirklich so passiert. XRP wird jetzt akzeptiert als Zahlungsmittel von dem kanadischen Foodtech-Unternehmen WeCook. Kann man hier einmal sehen. Also, da haben sie auf jeden Fall aufgerüstet. Dogecoin und XRP werden jetzt hier akzeptiert. Das ist eine krasse Sache. Hier von Doge-Meme-Girl. Gibt es dann auch passende Memes dazu irgendwie. Keine Ahnung, hier mit Dogecoin und Microsoft-Sticker drauf. Das ist schon eine ganz verrückte Welt. Das ist schon eine ganz verrückte Welt. Aber ich finde auf jeden Fall super, dass die ganzen Adoptionen hier weiter voranschreiten. XRP hat Zahlungsmittel akzeptiert. Dogecoin macht aus meiner Sicht einfach null Sinn. Also wirklich, damit werden die aus meiner Sicht langfristig absolut nur Verlust machen. Aber, wenn sie das wollen, dann können sie es gerne haben. Dann haben wir SBI und Nomura. Und die planen jetzt zusammenzuarbeiten in Bezug auf Venture-Capitalists. Beziehungsweise darum, neue Start-ups zu finanzieren. Und da eben denen, ich sag mal, Geld zu geben. Und dafür natürlich Crypto-Token zu bekommen. Das ist ganz klar. Und das ist natürlich jetzt nicht mit XRP in Zusammenhang. Aber es wird sehr interessant sein, wie sie sich verhalten. Oder wie der neue XLS 20D-Standard ihre ganzen Entscheidungen hier beeinflusst. Finde ich auf jeden Fall eine spannende Überlagerung hier. SBI und Nomura. Hätte ich gesagt noch nie gehört. Aber ist auf jeden Fall eine ganz coole Sache. Gerade Start-up-Firmen, die haben natürlich jetzt, sag ich mal, die Zeit, sich zu gründen und zu bilden. Und da hat man auf jeden Fall jetzt den optimalen Einstieg. Dann postet Brad Garlinghouse über Gary Gensler. Und zwar wird hier einmal ein Artikel veröffentlicht bei dem Wall Street Journal Opinions. Das ist quasi der Zweig, wo dann halt, ich glaube auch einfach Leser teilweise auch ihre Briefe da reinschicken können. Und das dann auch abgedruckt wird. Und genauso ist es hier eben. Und er schreibt hier, dass Gary Genslers Bemühungen kontraproduktiv sind für das, was er eigentlich machen will. Nämlich die Investoren schützen. Und was er damit eigentlich bezweckt ist, dass er nämlich die Investoren noch weiter rein reitet quasi. Da muss man auf jeden Fall auch gucken. Natürlich ist das absoluter Fact. Er hilft jetzt gerade keinem einzigen Investor. Niemand denkt sich gerade so, oh ja, danke, das ist ja so toll, was du hier machst. Sondern alle sind so ein bisschen sauer, weil da echt sehr viele komische Sachen passieren, die einfach auch teilweise nicht zu rechtfertigen sind aus meiner Sicht. Von daher umso besser, dass das hier mal auch so öffentlich gesagt wird. Und Wall Street Journal Opinions ist auch kein kleines Portal, wie ihr hier seht. Also wenn da was veröffentlicht wird, dann lesen das mit Sicherheit auch ein paar Menschen, würde ich schon sagen. Und deswegen bin ich mal sehr gespannt, wie es hier weitergeht. Dann wird mir immer wieder dieses Ripple Shirt hier in meine Timeline gespült. Ich will es auch unbedingt haben. Ripple und dann so Hashtag XRP the Security. Ich habe da auch richtig Bock, sowas zu tragen. Also wer mal Lust hat, irgendwie sowas zu designen oder so zu erstellen, schickt mir auf jeden Fall auch eins zu. Das wäre richtig cool. Und dann würde ich das auch rocken. Dann würde ich das auch mal anziehen, wenn ich hier die Videos mache. Seht ihr dann zwar nicht, aber ist ja auch egal. Dann geht es weiter von Blockworks. Und da geht es einmal um ein Framework. Also quasi eine Art Baukasten, beziehungsweise ein Grundgerüst, was jetzt der amerikanischen Regierung so ein bisschen zugekommen ist. Und zwar von der US Treasury. Und die sagen eben, dass das eine mögliche Vorlage für internationale Kryptoregulationen sein könnte. Da bin ich sehr gespannt. Hoffen wir natürlich nicht, dass da drin steht, dass alles Securities sind, so in der Richtung. Natürlich muss man gucken, wer das bei der US Treasury erstellt hat. Ich sage mal, wenn das jetzt zum Beispiel gefühlt Gary Gensler war, der zwar jetzt nicht bei US Treasury arbeitet, aber so ja auch natürlich Regierung und so weiter ist. Also wenn jetzt Gary Genslers quasi persönlich war, dann weiß ich schon, worin das Ganze geht. Aber wir bleiben natürlich mal optimistisch. Dann eine richtig coole Sache und zwar David Schwartz und Nike B haben hier einen Code-Tweet gemacht. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass das geht. Anscheinend ist das neu. Zumindest habe ich es noch nie gesehen. Und ich denke, ich hätte das irgendwann mal in den letzten Tagen gesehen, wenn das jetzt schon länger gehen würde. Aber zumindest kann man jetzt eben zu zweit hier einen Tweet ablassen. Und zwar schreiben sie hier, this is a Code-Tweet. Also da tweeten sie zusammen. Sehr, sehr cool. Und das ist natürlich so ein bisschen wie die Fusion. Hier, Fusion. Also kann man auf jeden Fall so sehen. Dann auch ganz spannend. Nebuchadneser postet hier, dass crypto.com am 11. Juli, also dann, wenn Flare live geht, ein Maintenance haben wird. Also quasi Wartungsarbeiten. Und das natürlich genau an dem Tag, wo der Observation-Mode-Launch von Flare Network startet. Was da passiert, bleiben wir auf jeden Fall mal noch gespannt. Kann man hier sehen. Hier und hier. Also da bin ich richtig gespannt. Ich hoffe natürlich, dass alle Leute, die ihre XRP da hatten, auch dann Flare bekommen werden bei crypto.com. Dann haben wir Fojak mit weiteren neuen Bildern. Dann, Mr. Pool, die Uhr, so eine Taschenuhr, sag ich mal. Die Wahlurne, Wait und Coming Soon mit Popcorn. Aber das Popcorn wird ein bisschen komisch da rausgenommen. Ich glaube, so nimmt niemand sein Popcorn aus der Schale. Dann haben wir hier nochmal Mr. Pool, ein Mund mit so zwei Zähnen. Ein Auge. Spekulation, Spekulation, 9. November. Hier. Und am Ende natürlich, wie immer, ein Fun-Tweet. Und zwar von Crypto Bros Taking Ls. Hier von Gaines Feld. Er schreibt hier, ich glaube, meine Eltern sind immer noch sauer darüber, dass ich Ethereum bei 4.000 Dollar gekauft habe. Und hier dieses klassische Netflix-Einlog-Screen. Wer schaut gerade? Mama, Papa oder der Investor? Muss ich auf jeden Fall richtig lachen, als ich das erste Mal gesehen habe. Ist schon eine sehr starke Sache, der Investor. Ich habe mich natürlich gefreut, dass ihr heute mit dabei wart. Und ich hoffe mal, wir sehen uns auch morgen auf diesem Kanal wieder zu neuen News rund um den Kryptomarkt allgemein. Bis dahin, schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, was ihr so denkt zu den ganzen Themen. Und gebt ein Like oder Dislike, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.